Sie wollen Ihre Favoritenliste erstellen und sortieren? Dann öffnen Sie das Hauptmenü mit der Menü-Taste. Durch das Hauptmenü bewegen Sie sich mit der Links- und Rechts-Taste. Navigieren Sie nach links, bis Sie den Punkt Optionen erreichen. Wählen Sie mit der OK-Taste Meine Einstellungen aus. Hier finden Sie das Menü Favoriten, das Sie mit der OK-Taste öffnen. Anschließend wählen Sie Favoriten einrichten aus. Ihnen werden jetzt alle verfügbaren Sender angezeigt. Mit der Hoch- und Runter-Taste bewegen Sie sich zwischen diesen hin und her. Markieren Sie alle Sender, die Sie Ihrer Favoritenliste hinzufügen wollen, mit der OK-Taste. Das Sternchen-Symbol neben dem Sendernamen zeigt an, dass die Einrichtung Ihrer Favoriten erfolgreich war. Die ausgewählten Sender erscheinen links im Menü. Drücken Sie die Back-Taste, um Ihre Favoritenliste zu speichern. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Reihenfolge Ihrer Favoriten-Sender zu verändern. Wählen Sie hierzu den Menüeintrag Favoriten ordnen aus. Mithilfe der OK-Taste und der Hoch- und Runter-Taste ordnen Sie Ihren Lieblingssendern Programmplätze zu. Dafür wählen Sie mit der OK-Taste einen Sender aus und verschieben diesen mit der Hoch- und Runter-Taste. Wenn Sie den gewünschten Programmplatz erreicht haben, drücken Sie erneut die OK-Taste. Damit Ihnen nur noch Ihre Favoriten angezeigt werden, müssen Sie den Favoritenmodus aktivieren. Schließen Sie das Options- und Hauptmenü mit der Back-Taste, bis Sie das laufende Programmbildschirm füllen sehen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um das Aktionsmenü aufzurufen. Hier wählen Sie den Punkt Favoritenmodus Aktivieren aus und bestätigen Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Nun werden Ihnen im Fernsehen und im EPG nur noch die Sender aus Ihrer Favoritenliste angezeigt.